Wir kommen gleich, ja? Okay. Ich müsste mir gleich nochmal. Aber es wird später und wir gucken mal, ob es die Mama noch drauf hat. Was machst du denn? Wir haben jetzt übrigens einen total spontan geplanten Baby-Fick-Kalender. Fick-Kalender, Fick-Kalender, Fick-Kalender! Das klingt alles ein bisschen gruselig, aber es gut ist, wenn es Kind da ist, dann hat man schon ganz viel wieder vergessen. Jetzt 34. Gutes Alter, finde ich. Du hast auch gesagt, dass du dir das alles vorstellen kannst. Das hat keine schöne Vorstellung gewesen. Wie alt ist denn er eigentlich? Ich meine, er hat ja schon voll die Halbplätze. 36. Ey, da muss er sich nicht wundern, wenn er sich so eine jüngere Freundin sucht. Vielleicht denkst du, wenn ich. Komm ruhig rein. Was? Die Heimwerker-Königin wird's schon richten. Also ich meine, der Typ, der geht ja gar nicht. Das ist ein wandelnder Witz. Wie kommst du denn auf sowas? Auf was? Ja, dass ich kein Interesse mehr an dir hab. Ach komm, du rutscht einmal im Monat über mich rüber. Mit wie vielen Typen hast du schon einen Effekt an? Sag mal, ist das wirklich ein Mann? Oder Kinder? Und was da liegt? Herr, wenn du das wisst. HALA. 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 HALA.